jollo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen genshin impact video heute werden wir 50 mal wünschen schrägstrich beten gebete machen whatever und zwar nicht für kamisato ajato sondern für venti den baden a.k.a. barbados wieso ich persönlich muss sagen ich finde ajato richtig cool aber das problem ist venti venti ist auch sehr cool und deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich für venti entschieden was allerdings irrelevant ist weil mein nächster fünf sterne pull ist sowieso ein 50 50 und ich werde es nicht schaffen in den nächsten knapp drei wochen auf 180 wünsche zu kommen also auf 90 müsste ich locker hinhauen jetzt mit den ganzen neuen quests und so weiter und so fort also ich kriege auf jeden fall noch mindestens einen garantierten fünf sterne hält während dieser banner noch laufen aber ich kriege garantiert keine zwei und das heißt ich bräuchte entweder sehr viel glück um zwei helden zu kriegen oder halt müsste jetzt einfach 50 50 gewinnen und könnte dann vielleicht darauf hoffen dass ich dann ja wiederum noch mehr gebete ansammeln könnte und dann einfach vielleicht bei einem random pull oder so vielleicht noch mal fünf sterne kriege und das dann ajato wäre oder irgendwie so in der richtung aber so grundsätzlich ja wird das nicht hinhauen und werden es wie gesagt 50 gebete und ich werde alles jetzt in venti spanner stecken und hoffe dass wir ihn kriegen weil ich denke schon dass er mein team oder meine teams extrem verstärken würde vor allem für den gewundenen abgrund und deswegen ja lange rede kurzer sinn ich würde sagen ich mache die augen zu 321 let's go oh baby mein nächster fünf stern ist übrigens 77 wünsche entfernt also ich habe 13 pity oder es fängt mit einem vier sterne an das ist ziemlich selten nice hoffentlich kommt dann noch mehr vier sterne ich habe es gibt eigentlich nichts schlimmeres als wenn du dann neun mal drei sterne hintereinander bekommst also ziel ist immer mindestens zwei vier sterne sachen kriegen klappt nur leider irgendwie 90 prozent der fälle nicht ich finde es so crazy wenn man auf twitter guckt okay jetzt hat es geklappt wenn ich mir auf twitter also wenn die wenn genshin impact auf twitter postet ja neue banner bla 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 dann posten die leute immer screenshots von ihren von den polls und das ist so krank voll viele leute haben also das ist halt nicht selten dass die leute einfach dreimal vier sterne einmal fünf sterne oder zweimal fünf sterne haben und so ich hatte noch nie zweimal fünf sterne und ich hatte auch nur ein einziges mal drei vier sterne also ich habe keine ahnung wie die leute das machen so also gibt es halt tonnenweise screenshots wo das so ist augen sind zu bei der way also ich denke es nicht also keine ahnung aber gut ich meine wenn du dein luckiest pulte jedes mal postest heißt es ist ja nicht widerspiegelnd dafür dass du immer so viel glück hast dann einfach nur da das dort auch ein einmal glück also heißt nicht dass es deswegen häufiger passiert bei anderen leuten aber es ist immer so ein bisschen blöd weil ich kriege jetzt schon die meiste zeit wirklich nur einmal vier sterne oder zweimal und dann ist aber eine schlechte waffe dabei oder so so wie zum beispiel der favonius codex aber es war es ja trotzdem nur eine sache oder genau genau das meine ich okay das waren unsere ersten 20 da war jetzt eigentlich noch absolut überhaupt nichts dabei shangling habe ich auch schon auf c6 also bringt mir auch absolut gar nichts wenn dann wäre sacros noch ziemlich cool yunjin benutze ich aktuell noch überhaupt nicht die habe ich auf level 11 oder so also eigentlich wäre es dann wirklich der zweite animo character in dem banner der mich noch interessieren würde 3 2 1 go komm schon komm schon komm schon bitte 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 äh ok wenigstens jetzt nur noch zwei mal vier sterne bitte und vielleicht auch mal coole Sachen ich bräuchte zum beispiel opferschwert oh yunjin ah ah schade auch noch einmal vier sterne das genau das was ich meine ok 3 2 1 go komm schon bitte bitte vor allem bei nicht garantierten fünf sterne poster hofft man ja ich immer dass sie früher kommen weil dann kann man früher wieder anfangen für den garantierten fünf sterne banner charakter zu sparen fischl weil die ist ja nicht mal diese nicht mal in dem banner oh man und ich hab sie auch schon auf c6 aber die ist nicht mal in dem banner drin are you kidding me ey wie kann man so viel pech haben komm schon no 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 what alter es ist niemand im banner drin what alter das kann nicht wahr sein ok noch zehn versuche ok das war katastrophal das ist alter das war das war eins der schlechtesten das war eines der schlechtesten dinger überhaupt what the hell ich hatte 50 versuche also ich meine wenn man nur zehn oder zwanzig mal macht dann kann man nicht viel erwarten aber 50 zumindest einmal drei vier sterne Sachen oder so come on 3 2 1 go jetzt bitte mindestens drei mal vier sterne oder zwei mal fünf sterne oder fünf mal fünf sterne meine ansprüche sind gering komm schon bitte ok immerhin immerhin sakkarose einmal also auch das mindeste bei 50 dingern einmal das ist halt ultra schlecht einfach uff komm schon ey das ist doch nicht dein ernst nein alter what hatten wir jetzt zweimal hatten wir einmal oder zweimal zwei vier sterne Sachen boah war das schlecht alter Schwede das heißt aber mein pity ist jetzt bei 63 das heißt noch 27 um einen garantierten fünf sterne Charakter zu kriegen aber eben nicht garantierter banner Charakter äh weil mein letzter eben schon ein banner Charakter war oh wow das ist äh puh also yunjin hier habe ich sogar schon so oft gezogen das gibt es halt gar nicht schon auf c3 dann haben wir sakkarose habe ich c5 wird die Stufe der Fähigkeit verbotene Windsehenschaffung um 3 was wäre das c6 er wird den jeweiligen Elementarstand aller Truppenmitglieder bei der Elementarumwandlung von verbotenen wow das ist ihre Ultimate oder müsste es sein wow ja wow das wäre heftig gewesen natürlich kriege ich das wieder nicht das ist so unglaublich und Jungling und Fischl hatte ich ja wie gesagt schon auf c6 da ist es eh immer komplett irrelevant ich mein Sternenglanz ist nicht schlecht also davon mal abgesehen müsste ich jetzt auch schon wieder über 20 haben wahrscheinlich 24 genau aber ja ich mein die meisten Charakter die hier reinkommen ich mein man kann sie eh nur einmal kaufen äh und meistens sind es halt Charakter die man nicht unbedingt haben will wie zum Beispiel Ningguang nichts gegen Ningguang aber alles gegen Ningguang kappa ja schade echt schade also ich mein ja wie gesagt kein garantierter 5 Sterne Pull ähm deswegen sollte man nicht damit rechnen aber bei 50 ich finde halt man kann zumindest damit rechnen dass man zumindest einmal irgendwie bei 4 Sterne ein bisschen reinlackt ähm und zumindest die Sachen kriegt die man halt wirklich haben will aber das ist halt irgendwie auch meistens nicht der Fall leider na gut aber das Ganze geht dann noch knapp 3 Wochen also es wird nicht das letzte Gebet sein während der Aktion nur werde ich jetzt wahrscheinlich die komplette restliche Aktion Urgestein farmen und dann alle Pulls wahrscheinlich am Ende der Aktion machen was ja auch Sinn macht denke ich und sehr viel schneller werde ich die 27 auch nicht vollständig äh zusammen haben weil das wird natürlich ein bisschen dauern und damit danke euch fürs Zuschauen und mich selber ein Like und ein Abo von euch freuen bis zum nächsten Mal ciao ciao -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-